ja hallo willkommen ich habe mal eben die ich glaube jetzt bisschen besser zu lesen das war nämlich ziemlich klein eingestellt die skalierung und zwar kann man hier nämlich die skalierung ich kann es nämlich so klein machen dass man das gar nicht mehr sieht ganz groß war dann kann ich das auch lesen und denn es ist in hd auch wesentlich angenehmer wir haben zwei affen der dahinten gehört nicht zu mir was wollen wir müssen dort in diese richtung vielleicht verschwindet er auch wieder farbe gefällt mir auch nicht von der die muss wieder geändert werden nicht so lange warten geh in den laden kauft ihr ein pc und macht macht dann das wc so betretet die feste das oh total 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 Mist Verklickt So eine Scheiße Wir sind auch nicht so richtig Gelevelt habe ich das Gefühl Das ist nicht so wie es eigentlich sein soll Das ist ein bisschen du Na ja wenigstens ein bisschen Unterstützung Kann man gebrauchen So die müssen auch weg hier Ach Mist Schon wieder Verklickt Ich habe Quadratfinger anscheinend Oh wow Gegner geben auch gar nichts mehr Zeiten sind vorbei wo sie mal was gegeben haben So Lauf schön über mein Feuerteppich Stahlschwert Hab ich das Lauf noch Ich dachte ich hätte gerade Falsches Serum drauf oder sowas Was ja auch vorkommt Ich glaube ich bin Das ist schon ganz gut gelegen Dass ich Da stehe Ach Mist Also das ist schon gar nicht verkehrt Dass ich mit ihm lauf Da drinnen ist nichts Da kann man auch gar nicht lang Oder Oh hier gibt es einen Boss Ich weiß auch welchen Da steht direkt hier Das wird lustig Zonamut Angriff Angriff Das war einfach Jetzt habe ich nicht so richtig die Naja Okay Eine Ja feste Klettern wir gleichzeitig hoch Dann sind wir auch gleichzeitig oben Ich will nach Eldenwards Ich werde mir Wenn wir bei Eldenwards sind Werde ich eine Pause machen Je nachdem wie lange die Folge ist Das kann 10 Minuten Das kann 15 Minuten sein Dann wird die vielleicht mal ein bisschen kürzer Und Auf jeden Fall Wird's Dann so sein Dass ich dann dort umskille Geld haben wir aber noch nicht Dann müsste ich Geld von der Bank holen Die ist aber auch Das ist alles Gute Arbeit meine Freundin Leutnant Kasargi Hat mir euren Fund gebracht Was wollen wir als Was sollen wir als nächstes tun Die Piratenanführerin Hat vor die Straßen von Antfurt Mit untoten Sklaven zu füllen Doch es bleibt noch genug Zeit Um sie aufzuhalten Sie kommen aus der Kriegergilde Ich brauche jemanden Dem ich vertrauen kann Der dort hineingeht Und ihre verdorbenen Rituale stört Kann ich noch einmal auf euch zählen? Natürlich Bei Alkosch Schuppigem Schritt Ich wusste dass ihr es schafft Nun zum nächsten Punkt Die Piraten werden die Kriegergilde Sicher schwer bewachen Und ihre Tore verriegelt halten Ich will Alkosch Schuppigem Schritt Nicht einmal sehen Wie komme ich an den Schlüssel? Ich gebe ihn euch Ich habe ihn bei der Leiche Eines Piraten gefunden Und die Markierungen Darauf erkannt Mir war das Glück Von Ratsch Ich bin sicher Die Kriegergilde Hat keine Einwände Wenn ihr alles Und jeden beseitigt Der dort fehl am Platz ist Wenn ihr fertig seid Dann berichtet Leutnant Kasargi Von eurem Erfolg Ich werde mich von einem Scheißköder Nicht die Aufnahme ruinieren lassen Ich schalte mich jetzt stumm Bis gleich Ich bin froh Oh 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 Grüße Seid gegrüßt, meine Freundin Ihr habt es geschafft Die Untoten sind gefallen Die Piraten haben kapituliert Oder sind geflohen Ein guter Tag Wie schwer seid ihr verwundet? Man will es mir nicht sagen Das heißt, es ist wohl schlimm, oder? Ich werde sterben Ja, in der Regel bedeutet es das Ich verstehe Seltsam Ich dachte, dass ich diesen Augenblick fürchten würde Doch stattdessen bin ich voller Stolz Dass ich an der Seite des Sprechers der Mähne kämpfen durfte Und an eurer Seite Fürst Gareschri ist nicht zufällig gerade in der Nähe, oder? Ich kann ihn für euch holen Nein Er scharrt die Leute von Anfur zum Widerstand gegen die Piraten um sich Bitte Lenkt ihn nicht mit meinem Schicksal ab In Ordnung Wenn ich an Wunden sterbe, die ich mir tapfer verdient habe Kann ich meinen Ahnen voller Stolz begegnen Sag dem Sprecher Dass es eine Ehre war Ihm zu dienen Ich werde es ihm sagen Kazagi Ich hoffe, dass die Hunde aufhören Zu bellen Weil das ist gerade eine Katastrophe Aber wahrscheinlich sind die noch nicht weg Weil die Diese Penner, die dann einkaufen Die bleiben immer eine Stunde In einem Scheiß In einem Schrottladen, ey Ich hasse sowas Da ist der Siedler von Katar Go Na, ich schalte schon Verdammte Ficker, ey Hallo Zettke grüßt Oh no Was wollt ihr? Ich mache an dieser Stelle eine Aufnahmepause, bis zum nächsten Mal, die hören nämlich nicht auf. Ich mache an dieser Stelle eine Aufnahmepause. Ich mache an dieser Stelle eine Aufnahmepause.